So, das ist hier Klevenow von Klevenow. Ich begrüße uns jetzt gleich mit Sozialwohnung in Blockbauweise. Hier, heute am 15. November 2012, Klevenow, Reihenhäuser. Blechhallen, Biogasanlagen, alles in Klevenow, Sportplatz haben sie aber mit 30 erzogenen Helden. Hier befestigte Toreinfahrt, wahrscheinlich ein Schlosspark. Ja, sieht so aus in Klevenow. Trotzdem ist das immer noch ein slavisches Dorf. Da kann man nichts dran ändern. Und früher noch. So, jetzt fahren wir Richtung Boltenhagen. Boltenhagen. Hier, wenn man noch die Backe hat, irgendwie sonst was. Erdarbeiten, so wie früher. Na, das war hier Klevenow. Das waren die Boltenhagen. Hier noch ein Eichen. Buswarte, wo ist hier? Ich lasse draufschießen, dass auch ein Bus kommt. Und tschüss. Vielen Dank.